Tess, bleibst ein Jahr in Oldenburg. Darüber freuen wir uns sehr. Wie leicht oder wie schwer fiel dir die Entscheidung? Naja, das geht eigentlich voll. Also ich habe eigentlich schon relativ schnell zu Oldenburg gesagt, mein Ziel ist eigentlich oder das Anfang ist hier zu bleiben. Und wir haben darüber gesprochen und dann war es halt nur noch Vertragssache. Und dann ist das auch eigentlich erledigt. Vor der Saison hast du gesagt, dein Ziel für diese Saison. Eins deiner Ziele ist, es in die A-Nationalmannschaft die Niederlande zu schaffen. Das hast du geschafft. Du warst jetzt bei den wichtigen EM-Qualifikationsspielen gegen Spanien dabei. Wie geht es da weiter? Was hast du dir für die nächste Zeit vorgenommen? Was ist der nächste Karriereschritt? Naja, also zu sagen, dass ich fest dabei bin bei der A-Nationalmannschaft, finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Weil wir sind mit drei Torhüten und da kann ja nur eine spielen. Und er hat das ab jetzt eigentlich noch immer abgewechselt. Also fest dabei würde ich nicht sagen. Also sicherlich ein Ziel für mich jetzt ist der EM, das kommt im Dezember. Und da möchte ich eigentlich, also das ist natürlich ein Riesenziel und da möchte ich gerne dabei sein. Und das, ja, ich hoffe ich schaffe das auch. Was meinst du, wie kannst du das schaffen? Du bist ja 20 Jahre alt. Wir treffen dich hier gerade beim Torwarttraining mit Torwarttrainer Sascha Wronzow und all den ganzen anderen Torhüterinnen vom VfL. Wo würdest du sagen, musst du dich noch verbessern vielleicht? Natürlich muss ich mich noch verbessern. Wenn ich das nicht musste, dann konnte ich ja überall spielen, wo ich wollte. Ja, also das gibt sicherlich noch Punkte. Also es gibt bei mir so Spielen, dass ich super bin. Spielen, dass ich nicht so gut bin. Und das muss sowieso konstanter werden. Also ich möchte ja für die ganze Mannschaft auch etwas sein, wo die auch vertrauen können. Und nicht so ab und zu ein tolles Spiel machen und sagen, ja, hast du gut gemacht. Also ich würde gerne, dass es alle Spiele so sind. Und das kann noch lange dauern und ich hoffe, dass es so schnell wie möglich kommt. Super. Das, was auch ganz schnell kommt, ist das Spiel gegen den Thüringer AC. Der kommende und alte deutsche Meister. Dürfen wir uns Hoffnung auf einen Punkt machen, auf ein spannendes Spiel am Samstag 19.30 Uhr in der EW Arena. Was denkst du? Naja, das wird natürlich ganz schwierig. Also die THC steht oben und ganz oben, ganz weit von dem Rest. Und das machen die auch echt gut. Die haben eine sicherlich tolle Truppe. Und ja, bei uns natürlich schwierig mit dem Ausfall von Alina Otto und Lois Abing. Das trefft uns ja auch natürlich schwer. Und ja, wir machen das mit den Mannschaften, die wir haben. Wir würden natürlich kämpfen. Wir würden natürlich die THC jetzt so schwierig machen, wie es geht. Und also zu Hause ist bei uns immer ein Fall, dass wir super spielen können. Und wer weiß, ist Samstag auch so ein Tag. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison auch viele von den Tagen haben. Wir freuen uns, dass du ein Jahr beim VfL bist. Noch weiter Testfeste. Ich freue mich auch. Dankeschön. 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 Dankeschön.